Du weißt vielleicht, dass menschliche Welt eine Bewegung und eine Partei ist. Wir arbeiten für das Wohl aller Menschen, Tiere und der Natur. Und unsere Arbeit basiert auf Achtsamkeitspraktiken wie Meditation und der Wissenschaft des Yoga. Aber ein wichtiger Teil unserer Arbeit zur Verbesserung der Gesellschaft ist die Teilnahme an Parlamentswahlen. Und so erwägen wir es, bei den Landtagswahlen in Thüringen am 27. Oktober teilzunehmen. Durch die Teilnahme würden wir Hunderttausenden von Menschen menschliche Welt vorstellen können. Viele Menschen kennen die menschliche Welt noch nicht. Und durch die Teilnahme an Wahlen haben wir die Möglichkeit, unsere Methoden und Konzepte, die ganzheitlich sind, der Gesellschaft den Menschen vorzustellen. Das würden wir sehr gerne machen. Denn wir denken, wir brauchen ganzheitliche Lösungsvorschläge, um die Gesellschaft wirklich zu verbessern. Ja, und um an der Landtagswahl teilzunehmen, da brauchen wir noch Unterstützung und Mitarbeit. Also, wenn du uns helfen möchtest, an der Landtagswahl in Thüringen teilzunehmen, dann melde dich bitte bei uns. Per Telefon oder E-Mail. Selbst wenn du nicht in Thüringen wohnst, kannst du trotzdem mithelfen. Du kannst Freunden und Bekannten von dir aus Thüringen über unser Anliegen erzählen oder dieses Video teilen. Mit dieser Unterstützungsaktion kannst du dazu beitragen, dass Hunderttausende von Menschen von den ganzheitlichen Lösungsvorschlägen von menschlicher Welt hören und uns besser kennenlernen.